hey zusammen schön dass ihr wieder dabei seid heute wie ihr seht befinde ich mich in meiner neuen garage meine allererste die ich euch auf youtube zeige das ganze sieht einmal so aus das coole ist wir haben halt hier strom hier kann ich in zukunft mein w lokal laden aber bevor ich das ganze mache wollte ich die komplette garage einmal neu machen das heißt in einem modernen stil einmal die wände streichen boden wird neu kommen und auf jeden fall wenn ihr bock habt bleibt dran viel spaß bei dem video Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.